Alltag für diese Privatdetektivin in Bangkok. Mit Peilsendern und mehr oder weniger versteckter Kamera verdient Amnuaipon Maniwan ihren Lebensunterhalt. Und über mangelnde Nachfrage kann sie nicht klagen, denn spezialisiert ist sie auf Untreue, in Thailand geradezu ein Volkssport. Zum Handwerkszeug gehören verdeckte Aufnahmegeräte in Kugelschreibern, Autoschlüsseln, Knopflöchern und selbst Taschenrechnern. Innerhalb von 15 Jahren hat Amnuaipon Maniwan tausende von untreuen Männern aufgespürt. Die Geschäfte, so sagt sie, liefen noch nie so gut. Es nimmt immer weiter zu, das lässt kein bisschen nach. Nun haben sie nicht nur eine Geliebte, sondern gleich zwei oder drei. Pana lebte sieben Jahre mit einem Mann zusammen, bis sie merkte, dass er heimlich eine andere traf. Sie sprach die andere Frau an und die zeigte ihr einen Trauschein. Die Geliebte war in Wirklichkeit Pana selbst. Ich war schockiert. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Geliebte wäre. Ich war völlig ahnungslos. Ich dachte, ich wäre moralisch überlegen, aber wie sich herausstellte, war ich das überhaupt nicht. Viele Thailänder sehen es als ihr gutes Recht, nebenbei eine Mia Neu zu haben, eine kleine Frau. Der Psychiater Ronachai Konsakol hat eine Studie über die Affären von Regierungsvertretern erstellt, denn die sind offenbar ganz vorn dabei. Sie haben ihren Status, sie haben Macht und Geld. Genug jedenfalls, um auch noch für andere Frauen zu bezahlen. Aber es muss doch auch noch ein paar treue Männer geben. Nur ein toter Mann ist ein vertrauenswürdiger Mann. Solange sie leben und atmen, kann man ihnen nicht trauen. Drei von zehn Anrufen kriegt Anwai Pon Maniwan inzwischen von Ehemännern, die ihre Frauen verdächtigen, einen Liebhaber zu haben. Auch die Frauen in Thailand sind demnach nicht gegen die Versuchung gefeit. Die Privatdetektivin selbst will nichts von der Ehe wissen. Damit hat sie abgeschlossen. Die Privatdetektivin selbst wird nichts von der Ehe ist.